Oh mein Gott! Du musst dich nicht erschrecken, Vater, ich freck! Ah! Mein Gott! Ich will sterben, ich will sterben! Na, dich muss ja scharf haben! Yo ho ho, Bitches! Heute habe ich den Stargast dabei! Mich! Und meine volle Hose! Ich stehe nämlich hier in Bottrop vor dem Krusel-Labyrinth und ich habe keinen Plan, warum ich so einen Quatsch immer mache. Nachdem ich mit Feuer verkohlt wurde, mich sämtlichen Gefahren ausgesetzt habe in einem Flugzeug, werde ich mir heute wortwörtlich in die Hose machen, denn ich gehe in ein Krusel-Labyrinth, in einen Bergschacht. Mit dabei habe ich heute den vollkommen unerschreckbaren Vater hinter der Kamera. Weißt du, es gibt Eltern, die machen mit ihren Kindern, gehen die Schotten, ich gehe mit meinem Vater und lasse mich wieder aufs Blut erschrecken. War das so Bock? Jo! War das? Jo! Gut, dann äh... Oh, Jesus! Ah! Siehst du da aus? Würde ja gerne, das kann ich jetzt bei dir behaupten, ne? Nein! Ja komm, jetzt check uns Pony! Hast du wieder vor? Inkompetenten Ratten! Okay, ich bin dabei, bevor ich hier noch verprügelt werde. Halt die Kusch! Der Steiger kommt! Ich muss sagen, viel anders bin ich auch nicht, wenn ich feiern gehe. Halt die Kusch, setz das auf oder willst du einen ins Gesicht? Okay. Halt das fest! Du bist ein 24er. Noch nie benutzt. Und du willst runter? Ja, ne? Aha! So, wichtige Warnhinweise. Wenn an dir gezogen wird oder gerissen wird, ist das so. Komm, mit der Aufmeld hier los! Wenn du nicht mehr normal laufen kannst, musst du krabbeln oder kriechen. Das ist so gewollt. Keine Angst, du wirst dich nur leiden. Ja! So gehst du auch ans Telefon. Ja! Alexander ist auch da! Ja! 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 Hey, das ist für dich! Grüß auf in der Materialkammer. Hallo! Pass auf was da oben passiert. Ich starte jetzt das Körbchen und dann geht es 10.000 meter ab in die Tiefe. Daas in, guckt da hoch! Okay! Ich hasse dich! Ich hasse mich auch. Oh, ich hoffe jetzt schon krass, mir tut jetzt schon deinem nacken weh. Komm rein da! Oh, bitte nicht. Ja, halt die Gorsche. Du glaubst doch nicht, dass das, was auf deinem Kopf hilft, ne? Ich hab mich wirklich gut mit dem Helm. Haltet euch fest. Lauft langsam und vorsichtig, ne? Ach, ich dachte schon, ich werde Freak-Fall-Tower. Glück auf! Ich sag dir Glück auf! Glück auf! Lauter! Glück auf! Glück auf! Ich hasse dich! Oh, bitte kein Freak-Fall-Tower, wenn ihr Freak-Fall-Tower ist. Vater! Vater! Vater, ich muss sterben, ich muss sterben. Hier, gehst du weiter weg von mir. Von was? Wo? Kommt nicht, oder? Ja, nur im Obstuch runter. Oh, ich glaub, ich hab mir den jetzt schon in die Hose gemacht. Oh! Ist die Party schon vorbei? Oh, ich bin erschreckt. Ich hab mich vom Staubkorn erschreckt. Was ist schon offen? Oh, die Tür ist hinter uns zu. Oh, fuck! Ich hasse es! 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 Vater, ich werd jetzt... Nein! Oh, ich hasse es! Oh, mein Gott! 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 Fucking shit! Oh, mein Gott! Ich hasse mein Leben! Oh, nein, da kommt gleich... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich hasse einzig! Ich hasse meine Kuh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, du. Oh, ihr本. Oh, bitte. Man powin' sich verursacht. Oh, mein Gott! Ich hasse Löcher, ich sag' dir! Ich hasse Löcher! Du musst dich nicht erschrecken, Vater! Ich freck! Ah! Mein Gott! Ah! Es will sterben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der kommt schon wieder! Oh mein Gott, der kommt schon wieder! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ah! Scheiße! Ah! Ich hasse den! Ah! Oh mein Gott! Oh nein, Vater, ich will nicht! Ah! Herein! Nein, bleiben Sie draußen! Oh ja! Ah! Was? Oh mein Gott, ich hab's schon gedreht! Ah! Na los, legt euch nicht aus! Auf in die Rettungsgapso! Halt sie auf! Na los! Ah! 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 Wieso mach ich so'n Scheiß! Ich könnte ein Hobby haben wie'm Reiten, oder? Ich mag sammeln! Und ich mach so'ne Scheiße! Ah! 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 Ach! Kann jemand die Türbchen machen? Oh, jetzt kommt der Popel schon wieder, why I'm hope. Ich finde, ich habe mich gut geschlagen, oder? Es war trotzdem richtig, richtig cool. Also ich kann euch nur das Krusel-Labyrinth in Bottrop empfehlen. Ich werde euch alle Links und Anfahrten und Kontakte in der Infobeschreibung verlinken. Nachdem meine Hose voll ist und ich auf dieser Hose noch zwei Stunden in der Rückfahrt verbringen muss, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Schönen die Jacke unterlegen. Bis nächste Woche. Show me out. Tschüss. Tschüss.